so ich begrüße euch zum frame nummer drei ich habe gerade mal nachgeguckt sean murphy ist auf weltranglisten platz 13 unser gegner wir sind 128 wir sind gerade das eingestiegen ist abgedeckt die rote das wäre jetzt absoluter super ball unser höchstes projektbuilding als profi im moment zwölf 3 3 3 4 simon lichtenberg Ah, der geht jetzt auf braun, und auf Probe, nicht auf blau, okay, lag schön. Das war gröle ich Pech mit der Weißen. Das ist ein guter Pott. Er sieht wirklich gut aus dem Moment aus. 7. 12. 12. 13. 13. Oh, das ist ein guter Pott. Oh, das ist ein guter Pott. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. Ja, das ist eine Chance. War zu stark gespielt. 1 6 Ja, die rote unten an der Bande. Jetzt gehe ich mal von pink aus. 13 Eine rote bei den drei oben. Also die oberste von den dreien. Ja. Blow. Nicely on to the colour. 14 19 Sean Murphy. 19 Hmm. 1 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen zu risikofreig. Nicely played. Eight. Nine. Yeah, played it well. Sixteen. Seventeen. The split looks good to me. Twenty-four. This red required. Bad miss, and it could be very costly. Sean Murphy, twenty-four. Guck doch mal, wo die Weiße hinläuft. Okay. Das sieht ja schon anders aus. One. Eight. Eight. He'll play this with plenty of power. That's a beauty. Night, 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 night. Night. Night, 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 night. This is not easy. Well, that's just outstanding. Superb hot. Fifteen. Night. So, wenn wir dann hier versenkt kriegen und gescheit auf eine andere Farbe gestellt kriegen, und die dann versenken haben wir unser höchstes Team Break, unser höchstes Break geschafft. He's attempting to sink this into the left corner pocket. Great shot. 16. He's aiming for the center pocket here. 22. 22. He's taking the red on. No, not this time. Close, but a miss nonetheless. 22. Simon Lichtenberg, 22. This is a key shot coming up here. In it goes. And that shuts the door on his opponent in this frame. One. It shows we are capable of learning and it goes higher. But it hasn't really worked out at all. Three. That means we can make higher breaks. Five. With, as I said, with training. He's nicely onto the brown. Eight. This should be straightforward enough. Twelve. Decent position on the pink here. 17. 23. He just wants this to drop gently into the pocket. And now the frame is his. And now the frame is his. Thank you the fourth frame. Simon Lichtenberg to break. See you in the next episode. Frame 3 is played. Ich hoffe immer noch, es gefällt euch. Und wir sehen uns wieder. In diesem oder in einem anderen Let's Play. Bis dahin sage ich. Arrivederci, wink, wink und goodbye. Euer, dein Eden Croft. I don't spot you. You're here with Me youtube. We will I took and see you later. Untertitelung des ZDF, 2020